So, hallo, wir machen weiter. Beim Mario Maker, wir sind wieder beim Bauen und Bauen auch gerade weiter. Ach, beim Bauen, beim Abenteuermodus wollte ich sagen. Äh, falsch, falsch, falsch. Ins Tal der Winde gehen wir gleich. Erstmal setzen wir wahrscheinlich die nächste Kanone an. Oh, Tore? Machen wir erstmal die Tore, die kosten nur 500, dann sind wir schneller bei den 700. Ne, es ist völlig egal. Es ist völlig egal, wenn ich erst 700 gemacht hätte und dann auf 500 gehe, ist es die gleiche Richtung. Ne, es ist völlig egal. Aber gut. Jedenfalls gehen wir ins Tal der Winde. Da gibt es wahrscheinlich diese komischen Wirbelwinde jetzt. Ach, mit denen kann ich auch nicht umgehen. Ne, was ist das? Oh. Ist das jetzt? Wow. Okay, es ist jetzt so ein Level, ja? Achso, da ist es schon wieder vorbei. Außer hier weht es weiter. Hier weht es weiter. So, den Pilz nehme ich gerne. Alles andere kann hier liegen bleiben. Wait, den kann ich doch... Ne, kann ich nicht, der ist ja nicht leer. Und sagen, den kann ich doch aufsetzen. Aber kann ich nicht, der ist ja nicht leer. Keine Ahnung, ob ich den besiegen muss. Wir machen es einfach. Muss ich. Gut. 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 Hallo? Danke. Achso, hätte ich nicht gemusst, ist ein Bonus. Alles klar. Dann ist es cool. Okay, alles klar. Sehr schön. Coins sind ja wichtig. Sehr gut. Ja, da wird man so ein bisschen dann zumindest durch dieses System mit dem Kaufen, ne? Wird man zumindest so ein bisschen darauf auf Secrets in den Level getrimmt. Das ist eigentlich gar nicht so verkehrt. So. In der nächsten Stage können wir dann auch direkt die Kanone bauen. Und haben wir zumindest, ja okay, zumindest einmal haben wir dann einen doppelt gebaut. Naja. Die schreckliche Wippenfestung. Papa von Anonym. Aha. Hat man nicht schon irgendwas mit Wippen? Ah, es war nicht das auf jeden Fall. Smart. Noch einmal sterben und dann kommt direkt wieder der dumme Luigi. Ah, den möchte ich ausstellen. Aber nachdem noch keiner von euch was dazu geschrieben hat, kann man ihn wohl nicht ausstellen. Schade. Okay, das sind die Wippen. Das war ein Leben. Okay, aber wie komme ich jetzt? Gar nicht. Habe ich wohl was verhauen? Egal. Sehe ich jetzt jeden einzelnen Stock. Wie viel ist das denn bitte? Das ist ein Schuh für mich. Das ist doch schon mal was. Wait, kann ich da rein? Nein. Okay, die Pflanze kann weg. Holy. Wait, wie komme ich? Ich komme nicht mehr zurück. Ja, RIP. RIP 50er Coin. Ah, verstanden. Oh, mit dir. Holy shit, bin ich gerade erschrocken. Bekomme ich jetzt noch an die 50er? Wahrscheinlich nicht, ne? Die sind wahrscheinlich... Hätte ich irgendwas anders machen müssen. Wahrscheinlich. 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 Wait, was ist das? Höh! Ah, verstanden. Tschüss. Ich wollte gerade sagen, jetzt wäre langsam ein Power-Up ganz gut oder ein Check-Point. Ah. Ah. Was? What? Oh, na. Ah, ich muss den da... Okay. Also dann in die Richtung als erstes. Lauf. Noch hüpfi. Lauf da oben. Nein, da hoch. Ah. So, und so bleiben wir jetzt. Und dann machst du hüpfi. Und so bleiben wir jetzt. So bleiben wir jetzt. Und dann machst du hüpfi. Und dann machst du hüpfi. Und dann mach ich hüpfi. Iiiiih. Okay. Mein Gott. Und wenn ich jetzt sterbe, raste ich gleich aus. Nur weil ich die... die Dings da holen will. Ah, ich muss das ja machen. Oder? Ja, nee. Naja, müssen... Das ist jetzt relativ. Hä? Oh, das wäre jetzt... Ah, jetzt komme ich nicht an die Coin da oben, ne? Ah, das ist eine 50er. 50er. Oh, no. Oh, no. Ah, ich kriege den Stern nicht mehr. Ja, ripp. Ja, dann halt nicht. Dann gibt's halt keine 50 Coins für mich. Ich hab beide 50er nicht gefunden, wie die... Also, die hier hab ich gefunden, aber die andere weiß ich nicht, wie die gegangen wäre. Da muss irgendwo ein Geheimweg gewesen sein. Aber okay. Genug Coins, um das nächste zu bauen. Kanone. Ja, let's go. Zack. Und jetzt wird eine Sache zumindest dann doppelt gebaut. Ein Ausspurt, 300 und vier Sterne. Ist das ein Speedrun, wenn's Spurt heißt? Haben die ein Speedrun-Level gebaut? 30, ja. Die haben ein Speedrun-Level gebaut. Haben die ein gutes Speedrun-Level gebaut? Weiß Nintendo, wie man das baut? Ah, es ist kein Speedrun in dem Sinn. Man muss auf jeden Fall wechseln zwischendurch. Also, man rennt nicht nur durch, meine ich damit. Man muss auch mal anhalten. Aber mal gucken, wie knapp das ist. Ich hab jetzt ja schon Fehler gemacht. Also, ein richtiges Speedrun-Level dürfte ich jetzt eigentlich nicht mehr schaffen. Ja, okay, schafft man locker, wenn man keinen Quatsch macht. Wow. Also, das war ja gerade, ne? Das war ja on point einfach. Ja, cool. Hallo, Luigi. Oh, yeah. Kostet mich alles Zeit, der Typ. So. So, jetzt geht die Geschichte durch. Easy. Aber es ist schon echt ein Joke, dass ich genau direkt vorm Ziel gestorben bin. Aber direkt davor. Das ist ein Joke. Na gut. Na gut. Dafür kriegen wir ordentlich Geld. Und das Tor ist fertig. Plopp. Warum hatte das andere kein Tor? Das ist ja schon merkwürdig. Aber gut. Schießt ihr eigentlich gerade wieder Münzen? Oder wie oft kann ich die Münzen schießen lassen? Ah. Yay. Was ist das, wenn ich jetzt ihn nochmal aktiviere? Ah, ja. Muss also immer erst ein bisschen aufgeladen werden. Gut, der hier wird auch nicht so viel. Wobei, na, war man schon länger nicht mehr. Ja, ein paar gibt ja auch wieder. Okay. Aber das ist viel zu wenig, als dass man das immer wieder machen sollte. Geht viel schneller, Aufträge zu spielen. Buhuringel reigen. Also Buhuringel, ja. Na gut. Wieso bewegt er sich denn? Hä? Der fährt auf der Schiene. Ja, bist du denn bekloppt, Nintendo? So, lass uns jetzt einmal vorbeifahren und dann ist die Geschichte gut. Ui, ui, ui. Das ist ja äußerst unangenehm. Natürlich dreht der um. Okay, aber jetzt ist er weg. Tschüss. Oh, nice. Mehr davon. Ja. Mehr. Motto, Motto, Motto. Okay. In die andere Richtung bitte auch. No. Ah, und der wird größer und kleiner. Alles klar. Schon recht. Ist schon recht. Hä? Was ist da passiert? Der war noch gerade noch gar nicht da. Ach, der Land, die landen, die landen da einfach, ja. Wie so ein Goomba. Da wäre ich fast runtergesegelt, habt ihr das gesehen? Ich hab's jedenfalls gesehen. Okay, nice. Nice. Sehr gut. Münzentechnisch sehr gut abgeräumt, auf jeden Fall. Sehr gut. Bei 1300 können wir das Schloss weiterbauen, ne? Buchernder Wild wuchs. Okay, jetzt gibt's erst mal wieder 100. Das ist ja nix. Das ist ja gar nix. Auf euch geht's, ja? Tschüss. Alles klar. Alles klar, sagte er und stirbt. Was ist hier eigentlich? Nein. Ich werde auf diesen schwierigen Sprung ohne Power abgeschickt. Oh Gott, das ist frech. Bin ich denn dumm? Hallo, Luigi. So. Wait, das tötet den gar nicht. Ich muss den einfach nur... Ach so, ich muss einfach nur schnell... Ach, ich dachte, ich muss den töten. Ich muss einfach nur an dem vorbei. Ja, dann... Ja, dann muss ich ja überhaupt nichts machen hier. Außer keine Stamm-Vertanker, das wäre ganz klug. Also muss ich denen nur ausweichen. Ich muss die nicht killen, okay? Aber den kill ich. Weil ich's kann. Nütze ich mir aber nichts. Okay. Verstanden. Was ist denn mit dir verkehrt? Tschüss. Oh, no. Oh, no. Ich glaube, viel mehr war nicht drin. Ja, hilft nix. Ah, ich hasse dieses Kabel. Das heißt, wir kriegen auf jeden Fall eine Phase, in der wir einen Auftrag aufnehmen und nichts dabei bauen. Na gut. Schutzengel Schlangenblock. Der Name gefällt mir jetzt schon nicht. Was? What? What? Okay, verstanden. Die sind ein bisschen am eskalieren, die Kollegen hier. Wow, was ist das denn für eine Stage? Ja, sind die noch ganz sauber? Das sind viel zu viele. Moment, wo will ich hin? Oh Gott, ist die stage dumm. Warum sind das nur zwei Sterne? Das sind mindestens drei. Nein! Ja, schneide ich mir die Finger ab. Ich habe jetzt ein bisschen bald vielleicht losgeschickt, kann das? Cool. Bester Schutz auf jeden Fall. Wait! Der würde mir einen, n-n-n-n-n-n, Panzer geben! Mist. Oh Gott, was? Okay. Ah, nice. Das war ne dumme Stage, aber okay. Muss es auch geben. Selbst von Nintendo gebaute. Und es kommt nicht auf 1000. Was braucht man? 1300 oder so? Ja, mit der nächsten Runde gehts auf jeden Fall klar. Die Kanone schießt man da beim Next, also in der nächsten Runde. Ich und meine Laterne. Ich gehe mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir. Wie gehts denn weiter? Da oben leuchten die Sterne, da unten leuchten wir. Ist der Peacewitch die Laterne? Mein Gott. Kann ich dich das? Ich sage das. Danke und liebeute. Oh mein Gott Kann ich da runter? Ah ja Da oben ist ne 50 Ah, verstanden Sollte Funks... Äh Da ist ne Wand drüber Hä? Hier ist kein Block, nix Wie soll man denn da ran kommen? Mist Wait, wie komm ich... Was? Das nützt mir alles nix Warum komm ich da jetzt nicht mehr hin? Hä? Wie hat man da ran gekonnt? Ach, geht doch! Dieser Luigi, ne? Aber das ist ja wie gesagt schon in einem neuen Abschnitt, also... Da krieg ich die Coin nicht mehr her Ah, toll Ja, keine Ahnung Ist ja jetzt auch egal, weil... Nochmal sterben möchte ich nicht und vor allem nicht wegen der Münze Aber keine Ahnung wie man da ran kommt, irgendwie muss es ja gehen Irgendwas habe ich da auf jeden Fall wieder komplett verpasst Zum Glück nix obligatorisches, alles optional Kommen wir jetzt... Nein, das reicht nicht... Ich glaub wir brauchen 1500, ne? Na dann, noch das wilde Wolken gehüpfen Das klingt ja einladend Was? 40 Münzen Ja, das ist ja komplett los Okay. Alles klar. Alles klar. Gar kein Problem. Gar kein Problem. So, jetzt haben wir genug Geld. Jetzt können wir endlich weiterbauen. Dach. Jetzt machen wir erstmal das hier. Let's go. Fünf Stück. Okay. Bis dahin sollten wir vielleicht sogar dann für das andere weitergemacht haben. Das sollte hinzukriegen sein. Machen wir noch ein oder zwei Aufträge, dann hören wir auf. Forst, Fluss, Luft. Was? Forst, Fluss, Flut. Ah. Nicht Luft, sondern Flut. Hallo, Yoshi. Los. Wir bleiben schön zusammen, mein Freund. Oder auch nicht. Aber ich brauche ihn ja nicht. Ich hätte da auch oben rum gekonnt, ne? Wäre da eine Coin gewesen? Man weiß es nicht. Hier ist auf jeden Fall eine Coin. Ich hasse diese hüpfenden Fische. Und ich hasse die Unterwassersteuerung. Muss ich in aller Deutlichkeit so sagen. Okay, der kommt wieder. Das heißt... Ich muss was austesten. Nein! Ja, da wäre eine Coin gewesen. Also das heißt, wäre gewesen, da ist eine mit 30er. Sehr, sehr gut. Dann hat sich das doch schon gelohnt. Oh, ich habe mir hier gepfeffert. Du lebst sogar noch, Yoshi. Sehr gut. Du hast Potenzial. Er never mind. Das sind überhaupt nicht viele. Komm her. Ach, Mann. Dann warten wir halt eine Runde. Ach, da kommt eh schon das Ziel. Dann wäre das ja komplett egal gewesen. Die vier Münzen da oben. Okay. Okay. Aber 79 Münzen ist doch auch ganz nett. Kann man anbieten. Okay. 400 brauchen wir noch. Klar, ich könnte jetzt weitergehen und eine für 300 machen, aber wir machen das schon der Reihe nach alles. Ranken in dünner Luft. Wir machen das schon der Reihe nach. Ah, ja. Da sind die Ranken. Ah, es ist scrollt. Na, großartig. Oh, zum Glück ist die Steuerung an den Ranken groß. Oh mein Gott, was ist das denn? Oh, ich kann überhaupt nicht diagonal klettern. Fällt der rund? Ja, der geht runter. Und der geht rüber, oder was? Ah, ja. Uff. Uff. Ein Checkpoint ist ja schon mal... Warum kriege ich jetzt einen F-Stern? Ah, um die Wolke mitzuholen. Ja, nice. Ist jetzt halt super dämlich. Wollte grad sagen, weil die ja verschwindet mit der Zeit. Aber wenn immer wieder eine neue nachkommt... Oh, da ist was. Secret! Uuuh, bestes... Bestes Leben. Beste Leben. Haben wir damit vielleicht auch das Level direkt geskippt? Haben wir damit den Rest vom Level geskippt? Oh, ja. Dafür. Sehr dafür. Uff. Mario-Game. Uff. Sehr dafür. Sehr schön. Das freut mich doch. Gut. Jetzt machen wir doch... Verzeihung. Und dann können wir nämlich beim nächsten Mal... Wenn wir mal wieder den Abenteuer-Modus spielen... Vielleicht ist ja bis zum nächsten Mal was Neues, was sich ergeben hat. Kann ja sein, dass ihr mich bis dahin mit irgendwelchen Leveln zugemüllt habt. Entschuldigung. Natürlich nicht zugemüllt. Ihr habt mich bis dahin natürlich mit wunderschönen Leveln versorgt. Wait. Wie komme ich da hoch? Hä? Äh? Äh? So. Was? Oh, da kann ich durch. Ich war mir unschlüssig. Da kann ich durch. Alles klar. Huch. Oh mein Gott. Ah, jetzt, jetzt verstehe ich den Gedanken. Ah, schon. Okay, verstanden, wie das Level funktioniert. Okay, verstanden, wie das Level funktioniert. Ich bin jetzt nicht unbedingt Fan von, aber das kriegen wir relativ schnell durch. Ich muss ja nur die Coins zusammenkriegen. Ich muss ja nur die Coins zusammenkriegen. Ah, hier muss ich am Schluss hin. Okay. Ja gut, dass wir jetzt schon am Schluss gewesen sind. Ah, da ist ja fast Schiff gegangen. So, wo ist jetzt aber der letzte... Ach, da oben waren wir noch nicht, ne? Genau, aber was ist hier? Ah, da hätte ich jetzt auch an die Coins... Ah, so kommt man eigentlich an die Münzen. Na gut, aber es ist ja jetzt Quatsch. Oh, eine Lücke. So. Und dann haben wir hier das jetzt auch. Nice. Sehr gut. Das sind genug Coins für die 1000. Dann starten wir noch das Dach. Und dann ist die Geschichte gut. Plupp. Dann kriegen wir zumindest zwei gleiche Baudinger. Das ist okay. Ja, dann kriegen wir beim... Bei zweimal Bauen kriegt man dann zwei Schritte. Das ist okay. Bei zwei Leveln wollte ich sagen. Ah. Mein Gott. So. Dann gucken wir mal kurz, ob hier eigentlich auch... Ah, okay. In die Richtung sind also auch neue Missionen. Dann könnten wir die zum Beispiel beim... Beim... Beim nächsten Mal angehen. Und er hier ist ja auch noch mit seinem Stein. Und da ist aber nichts mehr. Okay, cool. Dann bedanke mich für's Zuschauen. Und sage... Tschüss. 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 Güx. Bis zum nächsten Mal.